Hi meine lieben Turntfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video in meiner Turntwelt. Heute kaufe ich mir ein neues Fahrrad und ich zeige euch jetzt ein paar von den Fahrrädern, die ich ausprobiert habe. Und ihr könnt dann unten in die Kommentare schreiben, welches Fahrrad ich, was ihr glaubt, welches Fahrrad ich nehmen würde. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Ich war langsam. Ich war langsam. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Weeeeeeey Das ist wahrscheinlich eine andere Seite. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.